hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen infovideo zum neuen arg pvp server arg nomaden der hier bald an den start gehen wird er hat diesen trailer hier im hintergrund den habt ihr sicherlich schon mal gesehen er lief kürzlich und hat damit die heiße phase die anmelde phase für den server eröffnet und diese phase läuft heute abend heute nacht viel mehr aus also in der nacht von samstag auf sonntag um 24 uhr ist fertig dann kann man sich nicht mehr anmelden wer also noch mitmachen möchte sollte jetzt tunlichst zusehen noch eine anmeldung abzuschicken das könnt ihr machen unter nomaden punkt koja gaming punkt de dort findet ihr alle informationen rund um den server rund um die server settings die regeln und dergleichen also schaut euch an lest euch gut durch vielleicht habt ihr noch lust mitzumachen eigentlich sind schon echt zahlreiche bewerbungen eingegangen wir sind absolut überfüllt aber es kommen ja alle bewerber in eine große lostrommel das heißt die die sich heute bewerben haben die gleichen chancen wie die die sich am tag 1 beworben haben alle in eine lostrommel dann wird gezogen und die 30 plätze die eben verfügbar sind werden dann entsprechend daraus belegt ja ihr seht also arg nomaden ein projekt mit mobilen basen das ist die große besonderheit zum einen es sind also keine festen basen erlaubt und zum anderen sind wir auf der center map unterwegs und mit der primitiv plus das gibt also zusätzliche spannung über viele neue items die da drin sind und viele bekannte items eben nicht drin sind dazu eben eine neue karte die in meinen augen einfach auch extrem schön ist und viele möglichkeiten bietet denke ich auch mit mobilen basen taktisch vorzugehen es dürfte spannend werden und das wird es für alle die sich nicht anmelden ab dem 9 juli das heißt dort naja gut für die die sich anmelden vielleicht nicht ganz ab dem 9 juli ab 9 juli fängt die aufnahme an das heißt am 9 werden wir das erste mal den aufnahmeknopf drücken und uns ins abenteuer stürzen mit allen beteiligten um den 10 oder 11 juli herum dürften dann die ersten folgen von arg nomaden auch auf youtube über den bildschirm flimmern insofern auch alle die dann nicht dabei sein können oder wollen haben dann die chance dazu zu schauen also nomaden.coia gaming.de ihr seht es nochmal eingeblendet auch für alle die vielleicht nicht mitmachen vielleicht interessant dort mal vorbeizuschauen und sich die regeln und das setting anzuschauen ich bin sehr gespannt drauf ich glaube das wird richtig cool das dürfte mal was neues werden und ja ich hoffe wir sehen uns bis dahin macht's gut ciao